Musik Guten Tag meine lieben Freunde und erstmal vielen Dank für 13.000 Abonnenten und ja, ich wurde des öfteren gefragt, wie ich denn eigentlich meine Videos mache. Nun, das ist sehr komplex, aber ich werde es euch heute trotzdem einmal zeigen. Als erstes haben wir ein leeres Blatt. Da kommen jetzt die Ideen für das Video rauf. Nun, jetzt ist das Skript fertig und wir fangen an. Als erstes nehme ich das Skript, das zur Knülle ist. Dann werfe ich es aus dem Fenster. Logischerweise, mathematisch berechnet natürlich, tauchen dann diese Perlen des kreativen Schaffens auf der Fensterbank auf und mit denen werden wir nun das Video schaffen. Später im Schnittprogramm, in dem Fall benutze ich hier gerade Adobe Premiere Real Life, das ist noch in der Beta. Also ich habe da Erlaubnis bekommen, das zu benutzen. Wir benutzen einfach dieses übertriebene Werkzeug hier, um das Video erstmal zu schneiden. Am besten sehr gekonnt. In etwa so sieht das Ganze dann aus. Nun wird einfach nur noch gerendert. Das Ganze läuft mit einer sehr, sehr komplexen Engine. Das Ganze läuft mit einer sehr komplexen Engine. Das Ganze läuft mit einer sehr komplexen Engine.